Friedrich Bohl ist ein ehemaliger deutscher Politiker. Er war von 1991 bis 1998 als Bundesminister für besondere Aufgaben Chef des Bundeskanzleramts. Ausbildung und Beruf Nach dem Abitur 1964 absolvierte Bohl ein Studium der Rechtswissenschaft in Marburg, welches er 1969 mit dem 1. und 1972 mit dem 2. juristischen Staatsexamen beendete. Seit 1972 ist er als Rechtsanwalt und seit 1976 auch als Notar zugelassen. Von 1998 bis zum 31. März 2009 war Bohl als Vorstand bei der Deutschen Vermögensberatung für die Bereiche Konzernsekretariat Öffentlichkeitsarbeit, Verbände und Recht zuständig. Seit dem 31. März 2009 ist Friedrich Bohl Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Vermögensberatung. Am 1. Dezember 2011 löste er den bisherigen Präsidenten der von Behring-Röntgen-Stiftung zur Förderung der Hochschulmedizinischen Forschung und Lehre an, den Universitäten Gießen und Marburg. Joachim Felix Leonhard ab. Friedrich Bohl ist verheiratet und hat vier Kinder. Partei. Seit 1963 ist er Mitglied der CDU. Hier engagierte er sich zunächst in der Jungen Union. Von 1978 bis 2002 war er Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Marburg-Biedenkopf. Abgeordneter. Bohl war Mitglied im Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf, wo er von 1974 bis 1990 als Vorsitzender der CDU-Fraktion amtierte. Von 1970 bis 1980 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Hier war er von 1978 bis 1980 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Von 1980 bis 2002 war er dann Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1984 bis 1989 parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Von 1989 bis 1991 dann erster parlamentarischer Geschäftsführer. Friedrich Bohl war zuletzt über die Landesliste Hessen in den Deutschen Bundestag eingezogen. Öffentliche Ämter. Am 26. November 1991 wurde Bohl als Bundesminister für besondere Aufgaben und als Chef des Bundeskanzleramtes in die von Bundeskanzler Helmut Kohl geführte Bundesregierung berufen. Am 25. Mai 1998 übernahm er für kurze Zeit zusätzlich die Leitung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Nach der Bundestagswahl 1998 schied er am 26. Oktober 1998 aus der Bundesregierung aus. Bohl wurde vorgeworfen, in seiner Zeit als Chef des Bundeskanzleramtes vor allem im Zusammenhang mit den sogenannten Bundeslöschtagen in hohem Ausmaß Akten vernichtet zu haben, darunter auch Beläge, die über die Verwicklung Kohls in die Parteispendenaffäre Aufklärung hätten bringen können. Strafrechtlich relevante Vorwürfe, systematisch und vorsätzlich sowie widerrechtlich Akten vernichtet zu haben, konnten wohl nicht nachgewiesen werden. Auszeichnungen 1990 Großes goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich 1997 Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 1998 1998 Großkreuz des portugiesischen Verdienstordens 2014 Alfred Drega Medaille in Gold Siehe auch Kabinett Kohl IV Kabinett Kohl V